Mein Name ist Martina Neubauer. Ich kandidiere als Landrätin für den Landkreis Starnberg. Kommunalpolitik bedeutet für mich, gemeinsam mit Ihnen die Zukunft unseres Landkreises zu gestalten. Mit Erfahrung und Kompetenz, das verspreche ich Ihnen. Klimaschutz ist unser Zukunftsthema. Wir haben gute Konzepte, die müssen umgesetzt werden. Gemeinsam schaffen wir das. Der Landkreis Starnberg ist ein vielfältiger und ein bunter Landkreis und ich bin sehr stolz darauf. Deswegen braucht es eine klare Haltung gegen Recht. Generationengerechtigkeit bedeutet für mich, dass wir Angebote haben für alle. Für die ganz Kleinen genauso wie für die Älteren. Und dass sich alle in unserem Landkreis wohlfühlen. Selbstverständlich bin ich eine Frau. Gleiche Rechte für alle? Am 29. März finden die Stichwahlen statt. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen, denn Ihre Stimme zählt. Vielen Dank, Ihre Martina Neubauer, Landrätin für den Landkreis Starnberg.